Lass die Cypress durch oder so. Scheiße. Haben. Granato, Vorsicht. Kommt einer zurück. Bei mir, bei mir. Ja, warte. Habe ihn, habe ihn, habe ihn. Fuck, ey. Was ist zu viel K. So ein Müll, ey. Entschuldigung, Entschuldigung. Wollen wir ja aber auch nicht. Was war das? Was war das? Eine Frank-Renade. Einer oben drin. Haben ihn. Nice. Da ist nochmal einer. Pumpe, Pumpe, Pumpe. Haben ihn. Haben. Beide hast du? Absicht. Warum? So, weil die brennen müssen. Und alle Tore. Weiss ich nicht. Keine Ahnung. Der Nächste bin ich. Schau. 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 Oder wir gehen Richtung Windy. Na, da ist ja... Windy ist definitiv ein Team. Schau. Aber ich... Ich würde mal sagen, wenn wir hier direkt nach Süden runter pushen könnten, wir es zu Nickels schaffen, ohne richtig beschossen zu werden. Weil wir haben die Häuser hier, wir haben dann gleich die Hügel dahinter. Ja, wegen mir dann go. Also, lass uns vor der Tür noch kurz warten, bis wir alle Stamina... Habt ihr noch... Äh, wie viele Sekunden haben wir überhaupt noch? Keine. Zero? Zero. Hm, shit. Jo. Also? Was? Wie? Ja, dann go. Keiner geht. Da hinten im Haus. Links. Was? Oh mein Gott. Muschis. Vor allem, die haben es auch genau jetzt mitgekriegt, ne? Ja. Ja, die haben halt die ganze Zeit gewartet und geschimmelt, weil ich wird getroffen. Ich muss das heilen. Ja. Gehen wir mal hier hinter die Hügel. Lass mal weiter hier. Wir müssen weiter. Ja, weiter, weiter. Oh! Der andere Team hier, natürlich. Ja, klar. Och, geh. Der andere ist gehittet. Okay, den haben wir... Einen Sniper haben wir erstmal weg. Weiter, weiter. Der andere kommt von links ran. Wir müssen weiter. Weiter, ja, 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 ja. In die Kills rein. Schnell hinter die Mauer. Bin drin. Ja, wer auch immer da hinten ist. Dreier, du bist... Einer tot. Sehr schön. Dreier. So'n Liebers. Deck mal rechts, Timo. Einer erwischt. Einer tot. Ich komm mal. Zwei tot, zwei tot. Ja, ja, genau. Ich hab halt einen Lebenswagen weniger. Ich muss ein bisschen passiver sein als ihr. Hä? Geh links. Lol. Noch einer, noch einer. Dahinter geht's weiter. Nächstes Team. Tot. Von links irgendwo. Muss mich heilen. Ja, ja. Erstmal in Deckung. Hinter mir. Tot. Lol. Alter, ich komme. Jetzt haben wir aber zwei Teams... Fünf Leute damit gekillt. Ja. Stimmt. Okay. Der letzte wird ein Sniper sein. Der ist wahrscheinlich noch in Aden. Okay. Äh, ja. Alles verbrennen. Alles verbrennen, ja. Okay. Äh, Immo bei Raynard aggro. Nicht von uns. Hä? Jo. Headshots. Wo ist die Immo bei Raynard? Wo ist die Immo bei Raynard? Hm. So wie ist... Wie sah der aus? Sheriff. Okay. Sheriff klingt aber nicht als wäre das... Ein Solo-Idiot. Nee. Da war auch, glaube ich, noch ein anderer. Ich habe nämlich noch einen anderen gesehen. Ja, das ist ein gutes Indiz, ja. Will nicht mehr ein. Warte. Hellfire. Ja, wie ist das? Ja, da schießt es. Oh ja. Von wo? Anderes Ufer einfach. Irgendwo bei den Logs muss das sein. Okay. Äh, ist bei seiner Leiche. Drei Fall. Oh. Headshots. Nee, ich habe auch geschossen. Das war Kontingenz. 10 von 10. Ja, well played. Das ist ein ghoul. Easy clap. Sagt der Fachmann. Nichts genommen, ey. wegklappen hier selbst. Das war nice.